Der freie Fernsehsender FS1 und KryptoTV präsentieren demnächst auf euren Internet-Tabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg. Das erste Oki-Doc-Medium-Festival von Klaus Glatze. Beanstaltet in Rudolf Bämmer's Oldtimerfeind und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. David Bausweg, der international renommierte Therapeut, Meditationslehrer, Poet und Autor, nennt sich selbst Andersmensch. Er führt uns in geheimnisvolle Klänge. Dies ist Musik zum Tanzen und mehr. This is Virgo Loving, dedicated to my wife. You tell me that you love me. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020